Hallo und herzlich willkommen zu Blattmann 7 mit sieben ausgewählten Neuheiten aus dem Note 1 Programm für den Monat September. Im November feiert der belgische Dirigent und Hammerklavierspezialist Jos van Immerseel seinen 70. Geburtstag. Alpha feiert dieses runde Jubiläum schon jetzt mit einer neuen Veröffentlichung, die in bewährter Weise einen neuen Blick auf das scheinbar altbekannte Repertoire bietet. Diesmal haben sich Immerseel und seiner auf historischen Instrumenten spielendes Orchester an dem Maetaner Brücke zwei Klassiker des tschechischen symphonischen Repertoires ausgesucht. Antonin Tvorschaks 9. Sinfonie und die Sinfonietta von Leos Janacek. Und siehe da, so haben sie die beeindruckenden Blechbläser-Fanfaren aus Janaceks Sinfonietta oder überhaupt Tvorschaks 9. Sinfonie noch nie gehört. Normalerweise werden ja die Geburtstagskinder beschenkt. Hier beschenkt uns das Geburtstagskind mit einer herausragenden Aufnahme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viktoria Mulova und Pavo Jervi verbindet schon seit vielen Jahren eine künstlerische Partnerschaft. Das macht sich in dem hervorragenden Live-Mitschnitt des zweiten Violinkonzerts von Sergej Prokofiev vom ersten bis zum letzten Takt bemerkbar. Ergänzt wird das Programm durch eher selten zu hörende Kammermusikwerke des Komponisten. In der Sonate für zwei Violinen ist kein geringerer als Teddy Papaframi ihr musikalischer Partner. Einmal mehr erweist sich Viktoria Mulova als eine der besten Geigerinnen unserer Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch wenn kaum jemand den Komponisten und den eigentlichen Titel des Stückes kennt, den Einzug der Kladiatoren von Julius Futschig hat sicherlich jeder schon einmal von uns gehört. Orchesterzauberer Neme Jervi hat zusammen mit dem Royal Scottish National Orchestra einige seiner bekanntesten Werke eingespielt und hält so manch weiteren Urbum parat. Nicht weniger begeistert hier aber die Aufnahmetechnik von Chandis. Zündende Orchesterwerke in bester Aufnahmekqualität, da schlägt das Herz des audiophilen Musikliebhabers höher. Zündende Orchesterwerke in bester Aufnahmekqualität, da schlägt das Herz des ZDF für funk, 2017 Zündende Orchesterwerke in bester Aufnahmekqualität, da schlägt das Herz des ZDF für funk, 2017 Vielleicht wird so manch einer jetzt stutzen. Fabio Piondi und italienischer Belkanto des 19. Jahrhunderts? Piondis erklärtes Ziel ist es, mit seiner Einspielung von Bellinis I Capuletti e Montecchi die Entdeckung bislang unbeachtete Details zu ermöglichen und dem Zuhörer so eine neue Sicht auf das Werk zu vermitteln. In seinem Booklet-Text berichtet er, wie sorgfältig zum Beispiel die originalen akustischen Gegebenheiten berücksichtigt wurden. Außerdem geht er auf die besondere Bedeutung der Anmerkung des Komponisten in der Partitur ein und auf die Wahl der korrekten Tempi. Die Rolle des Romeo wird hier von keiner geringeren als Vivica Geno interpretiert, die die Produktion zu einem Fest des Belkanto werden lässt. Fabio Piondi und italienischer Belkanto erweisen sich hier tatsächlich als gelungene Kombination. Fabio Piondi und italienischer Belkanto Fabio Piondi und italienischer Belkanto Fabio Piondi und italienischer Belkanto Obwohl zu seiner Zeit einer der angesehensten Komponisten Frankreichs, ist Felicia David heute leider fast vergessen. Dabei war zum Beispiel seine 1859 in Paris uraufgeführte Grand Opera Herculanum ein spektakulärer Publikumserfolg. Neben der bewährten Mischung aus virtuosem Gesang, Massenszenen, üppigen Dekorationen und Ballett, schwelgt die Oper aber auch in düsteren Untergangsfantasien. Anhand einer etwas melodramatischen Liebesgeschichte erzählt sie von der Zerstörung der Stadt Herculaneum als Strafe für die Dekadenz und die Gottverlassenheit dieser Zeit. Besonders die Finalszene mit dem Vesuv-Ausbruch von 79, der das antike Herculaneum komplett verschüttete, riss das Pariser Publikum zu wahren Jubelstürmen hin. Editione Singulares entreißt erneut ein hörenswertes Werk der unverdienten Vergessenheit und hat mit Erwini K. einen engagierten Mitstreiter. Untertitelung des ZDF für die Dekadenz Untertitelung des ZDF für die Dekadenz Wer die barocke Opera Ballet bislang für eine überholte, steife und wenig unterhaltsame Musiktheaterform hielt, der dürfte in der vorliegenden Inszenierung von Rameau's Le Sainte Galante durch Laura Scozzi schnell eines Besseren belehrt werden. Hier sorgen witzige Einfälle, gekonnte Aktualisierung und musikalische Spitzenleistung für beste Unterhaltung. Christoph Rosé und Les Talents Lyriques erweisen sich einmal mehr als Spitzenkräfte in Sachen Rameau. Die Produktion erscheint als DVD-Video und als Blu-Ray. Die Produktion des ZDF für die Dekadenz 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 Galante 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 Musik So, das waren Sie, Blattmann 7, die sieben ausgewählten Neuheiten aus dem Note 1 Programm für den Monat September. Wir sehen uns wieder im Oktober, wenn Sie mögen. Wir sehen uns wieder im Oktober. Wir sehen uns wieder im Oktober.